Hi Leute! Herzlich Willkommen zu einem neuen Reaction Video auf dem Kanal CatsIncredible und Helikaru! Und dann gucken wir uns eine V-Pop Sängerin an und zwar geht es um Big Phong mit dem Li Ted No Lo. Sie hat ein neues Video rausgebracht und hat schon 18 Millionen Klicks. Richtig krass, richtig viel und hat sie auch vorgeschlagen gehabt. Deswegen gucken wir uns das mal an. Im letzten Video haben wir auch die andere V-Pop Sängerin angeguckt. Hwang Tui Lin. Falls ihr interessiert seid, guckt mal auch mal vorbei. Und ja, ich würde mal sagen, fangen wir mal an. Let's go! Es ist auch wieder so ein ähnliches Setting wie beim Let's Under. Ja, genau. So bunt. Naja, bunt. Ein Raum ist ein Thema. Ja. Und Stau ist halt ein Festival. Ui. Achso. Oh, das ist aber unfett. Oh mein Gott. Alter. Also da möchte ich nicht stehen. Du hast den auch witzig gemacht. Ja, genau. Oh, diese Werbung machen. Äh, fehl. Auch schön die ganzen Outfits. Ich finde sie sind echt schön aus. Das ist doch voll gute Kinder-Lieb. Ja, genau. Oh, auf TikTok. Ist auch voll hübsch. Mhm. sie sind super. She ist wieder sch实lich. Gut. Ja. drop unser Spoca zwei. Du hast 구나 Sailor Universe list. aufЭтоip. Du hast du bist korban. Du hast du bistkar, dich. Jetzt frage ich mich wie das schmeckt. Ja, frage ich mich echt auch. Muss nur so traditionelle Outfits sein. Ich gucke jetzt nicht die Worte sein. Warte, schon schnell. Denkst du da kommt noch ein Feuerwerk? Ja, das ist echt cute. Das ist schon so ein Ohrwurmcharakter. Ja genau das stimmt. Es ist echt catchy Song. Auch sehr bold. Schönes Video. Ja. So Farben vor. Nolo. Ja, das war Big Phong. Schreibt gerne eure Meinung zu dem Lied zum Video in die Kommentare. War richtig nice. Hat uns sehr gut gefallen. Genau. Falls euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Vergesst nicht zu abonnieren für mehr V-Pop Reactions. Und natürlich auch Dankeschön fürs Zuschauen. Stay safe, stay healthy und bis zum nächsten Video. Bye bye. Bye bye. Bye bye.